Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, uns liegen heute hier zwei Anträge vor mit dem Ziel, Unternehmensgründungen zu unterstützen. Bevor ich hier auf Details eingehen möchte, will ich zunächst deutlich machen, warum dieses Thema mehr ist als eine bloße Modeerscheinung in der wirtschaftlichen Debatte. Die deutsche Wirtschaft steht zurzeit im europäischen Vergleich sehr gut da. Grund ist dafür unter anderem der weltweite Erfolg der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer, aber auch die mittelständische strukturierte Wirtschaft in Familienbesitz. Doch wie die Geschichte zeigt, sind die Erfolgsgaranten von heute nicht automatisch auch die Wohlstandsfaktoren von morgen. Ob die Automobilindustrie, ob der Maschinenbau, ob die Mittelständler im Familienbesitz auch in zehn oder 15 Jahren maßgeblich zum Wohlstand der Deutschen beitragen, hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich auf die schnellen Innovationszyklen des digitalen Zeitalters einzustellen. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn derzeit sieht es eher so aus, dass eher Google die Autobranche revolutionieren wird, als dass ein deutscher Autokonzern zum führenden Suchmaschinenbetreiber aufsteigt. Im Februar warnte zum Beispiel die KfW-Bank vor der zunehmenden Vergreisung der Inhaber von Mittelstandsunternehmen. Sie zeigte auf, dass mit dem fortschreitenden Alter der Unternehmer eine zunehmende Zurückhaltung verbunden ist. In Innovationen, also gerade in die Zukunft zu investieren. Denn bei 78 Prozent aller Mittelständler mit älteren Inhabern überstieg der Wertverlust ihres Kapitalstocks zwischen 2004 und 2013 den der Neuinvestitionen. Das heißt, acht von zehn Senioren fuhren auf Verschleiß. Das wird gravierende Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hier in NRW haben. Deswegen plädiere ich dafür, sich nicht auf alten Strukturen auszuruhen, sondern neue Unternehmen mit Innovationen und Ideen zu unterstützen, wo immer es nur möglich ist. Frischer Wind ist ja bekanntlich nicht nur in der Wirtschaft nützlich, sondern auch in der Politik, wenn Sie mich fragen. Wir Piraten unterstützen jedes politische Vorhaben, das dem Wirtschaftsminister mehr Dampf macht bei der Start-up-Förderung. Das Wort Gründungskultur zeigt dabei, dass es um ein Bündel von Maßnahmen gehen muss. Denn klar ist, dass die niedrige Gründungsquote in NRW nicht allein auf fehlende monetäre Ansätze zurückzuführen ist. Der vorliegende Antrag der FDP beinhaltet einige interessante Forderungen, die ich gerne von der Landesregierung umgesetzt sehen würde. Ich möchte allerdings auch deutlich machen, dass wir Piraten einem Schulfach Wirtschaft eher skeptisch gegenüberstehen und auch die in Punkt 8 und 9 des Antrages geforderten Steuererleichterungen für Unternehmer kritisch zu prüfen sind. Denn Mitnahmeeffekte müssen vermieden werden. Ich freue mich auf die Debatten im Wirtschaftsausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwerth.